Warum sollen wir Sorgfaltsprüfungspflicht auf der Ebene einer Konzernmuttergesellschaft aufbringen? Diese Konzerne haben sehr oft Hunderttausende von Lieferanten, wie z.B. meine Firma. Sie haben Vorgänge, die man lokal kontrollieren kann, aber nicht auf Muttergesellschaftsebene, wie das die Initiative will. Sie haben Vorgänge, die wirSorgflicht haben, aber nicht auf die Initiative. Wobei sie in meinem Leben ist, Vielen Dank.